Hallo. Hallo Leute. Naja, wir wollten euch eigentlich sagen, dass... Wir zeigen, dass wir jetzt Abschied nehmen. Nicht von euch. Videos werden kommen. Von die beiden Kerlen. Ja, wir müssen wieder nach Hause. Es war eine schöne Zeit hier. Und der Sommer ist halt fast zu Ende, also... Wir wollten uns verabschieden, sagen wir mal so. Aber Videos werden noch kommen. Von mir und von DJ Ever. Aber keine Sorge, wir sind dann auch dabei. Die Ding! Demi, Mario! Du bist echt krank. Also... Adios. Adios. Wir haben Bleistifte. Weislam. Das ist wahr. Adios. Tschüss. Tschau. Bleistifte. Bleistifte. Wir sind immer noch für nen Gag zuha. Also, tschau. Tschüss. Tschüss.